Victor und Winter, die Chroniken Anmerkung des Vertoners Schon seit geraumer Zeit trage ich mich mit der Absicht, die von Ruki Nightmare und mir verfassten Victor- und Wintergeschichten an dieser Stelle zu Gehör zu bringen. Leider stand diesem Vorhaben der enorme Aufwand entgegen, denn die Serie umfasst bisher 27 Geschichten mit 24 Sprechrollen und 8 weitere Geschichten mit mindestens 10 weiteren Sprechrollen sind momentan angedacht oder sogar in Arbeit. Gerade die Besetzung der Hauptpersonen ist dabei nicht einfach, denn diese sollen die Charaktere natürlich nicht nur meinen Vorstellungen entsprechend interpretieren, sondern müssen teilweise auch als Ich-Erzähler in Erscheinung treten. Die schauspielerischen Anforderungen und die Menge an Arbeit für die jeweiligen Sprecher wären erheblich und gingen deutlich über das hinaus, was ich einem Gastsprecher, noch dazu unentgeltlich, abzuverlangen für schicklich hielte. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, die Serie vorerst, im Unterschied zu den meisten meiner bisherigen Vertonungen, als reine Lesung darzubieten, ohne Gastsprecher, aufwendige Bebilderung, Toneffekte oder Musikuntermalung. Es mag sein, dass ich im Einzelfall von diesem Entschluss abweichen werde, aber ich möchte bei Ihnen, lieber Zuhörer, keine falschen Erwartungen aufkommen lassen. Ich hoffe, dass Sie die Geschichten auch in dieser kargeren Darbietungsform gutieren können. Nachdem dies geklärt ist, möchte ich Ihnen darlegen, was uns die Autoren über das Zustandekommen dieser Geschichten mitzuteilen haben. Am 30. August 2016 erschien Ruki Nightmares erste Geschichte der Victor-Reihe. Darin werden verschiedene Episoden aus dem Leben des gleichnamigen Protagonisten näher beleuchtet. Es ist nicht geklärt, was Victor genau ist, aber er legt großen Wert darauf, dass er kein Dämon ist. Dies sollten Sie, werter Hörer, immer beachten, denn sonst wird Victor möglicherweise wütend, und Sie werden ihn nicht mögen, wenn er wütend ist. Am 15. November 2016 tauchte dann Annabelle in der Victor-Reihe auf. Eigentlich eine Nebenfigur, spielt sie allerdings über mehrere Erzählungen hinweg eine so große Rolle für den weiteren Werdegang der Geschichten, dass sie und ihr Schicksal eine besondere Erwähnung wert sind. Man kann hier fast schon von einer Reihe innerhalb der Reihe sprechen. In der Annabelle zu einer der Hauptpersonen aufsteigt. Am 7. März 2017 erschien Horrorcocktails erste Geschichte der Reihe Unrepeatable Experiences Limited, in der Sie, verehrter Hörer, verschiedene Ereignisse aus der beruflichen Laufbahn des Auftragsmörders Winter kennenlernen. Winter ist zwar deutlich verträglicher als Victor, aber auch er hat seine Befindlichkeiten. Zu allem Überfluss erschien am 10. April 2017 ein Bericht über das erste Zusammentreffen dieser beiden Reisenden in unerwarteten Todesfällen. Seitdem morden sich die beiden passionierten Whisky-Trinker mal getrennt, mal gemeinsam durch die Weltgeschichte. Und auch Annabelle spielt ihre Rolle dabei. Daraus aber ergab sich ein Problem. Man kann zwar jede Serie für sich hören, doch viele Verbindungen und Anspielungen ergeben sich nur durch das Hören beider bzw. aller drei Reihen. Zu diesem Zwecke haben wir, die Verfasser, eine Chronologie erstellt, damit sie, treuer Hörer, den Werdegang unserer beiden Lieblingsmörder genau verfolgen können. Diese Chronik gibt also die Reihenfolge der Ereignisse wieder, mit denen die jeweiligen Geschichten abschließen. Diese entspricht nicht immer der Reihenfolge des Erscheinens der Geschichten. Wir glauben, dass dies für Sie, edler Hörer, sowohl das Verständnis der Erzählungen als auch das Vergnügen an ihnen vertieft. Natürlich ist das nur ein Vorschlag. Lassen Sie uns also beginnen mit der ersten Wintergeschichte. Unrepeatable Experiences Limited Untertitelung des ZDF für funk, 2017